Jetzt. Oh Mann. Mann. Fuck. 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 Ja, 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 ja. Fuck. Fuck. Scheiße, was war das denn? Nein. Wieder gebraucht ihr Ding. Wie soll das denn klappen jetzt? Ich pflanze runter, muss genau das gleiche machen. Hä? Und drauf auf die Pflanze drehen. Äh, Flash, ich weiß das. Ne, weißt du gar nicht. Hab ich doch gerade schon gemacht. Weißt du gar nicht. Ach, fick dich. Weißt du gar nicht. Boah, ist dieser zweite Springer, ne? Ich muss es nur schaffen, an einer Stelle runterzukommen. Wo an den Ecken die scheiß Pflanzen sind. Ja, warum springt der jetzt auf einmal, der spasst? Hat der irgendwie falsche Pflanzen gefressen? Ich hab's geschafft. Wow. Na, dann bist du ja gleich durch. Nein, und ich spring natürlich voll auf diesen Block. Mann, ey. Was stimmt, dass ich gleich da bin? Oh, fuck. Oh. Och, komm, warum rutscht der denn da runter, der Arsch? Ehrlich, jetzt. Ich muss nochmal Double Save machen. Mann. Mann. Weil das Ziel seh ich nämlich schon. Ah, jetzt kommen die, ja, dann kommen die zwei Pflanzen noch, wo du noch durchspringen musst. Dann hast du es geschafft. Ich muss erstmal über die Raketen kommen. Oh Mann. Ich muss auch erstmal auf den Block landen, der da hinten ist. Woher weißt du das eigentlich? Weil ich Stefan sein Ding geguckt habe. Du Arsch, hab ich ihn wirklich auch gemacht. Ich komm nicht, ist nicht wahr. Weißt du, jetzt schaltet mich der Gumpa nicht aus, jetzt schaltet mich dieser zweite Springer aus. Okay. Der springt immer an die Wand, wenn ich den nicht treffe, wenn ich endlich auf seinen Kopf hüpfe. Weil ich meist immer schon hinter dem zweiten lande, wenn ich den erst anspringe. Springen, nein. Und dann rutscht der runter und rutscht auf den Block. Mann, leck mich doch am Arsch. Nee, danke. Bei den Schokoladenpreisen überlege ich mir das nochmal. Du. Diese scheiß Raketen hier. Och Mann, wieso renne ich denn da jetzt wieder runter? Ich weiß sie nicht. Ich war doch irgendwie obendrauf. Nein. Nein, jetzt bin ich zu weit gerannt eben. Was ist das denn hier? Och Mann, ey. Boah, ich renne da oben immer zu weit an. Oder ich muss einfach rübersprinten dann gleich. Ich werde das nicht mehr Kai so Mario nennen. Ich werde das kein verfluchtes Mario. Das hast du gesagt. Speichern. Speichern. Dennis hat eine Latte jetzt. Dennis geht gleich einer ab, wenn er fertig ist. Ich hab's geschafft. Du Judas. Ja. Hä? Du bist ein Judas. Ha. 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 Ja, ich spring auch noch genau dahinter. Hui. Und ich hab knapp 15 Minuten gebraucht. Die gleiche Zeit hänge ich immer noch am Gumpa fest. Und wir doch die nächsten fünf. Ich bin nur in safe. Nein, niemals. Ich würde sagen, ich mach den jetzt halt weiter, ne? Ja, mach mal hin. Du wolltest ja machen, dass wir einfach warten. Hm, ist klar, Centus. Du kannst die nächsten drei Stunden warten. Du kannst die nächsten Jahrzehnte warten, bis ich das geschafft habe. Eigentlich eben gedrückt. Ah, das habe ich jetzt alle mit ihm. Du, 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 du. Ach ja. Meine Füße. Ja. Ja. Na hell da rüber. Du, 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 du. Warum lade ich denn das Spiel nochmal? Ich würde saven. Ich fühle mich einfach gleich zehn Milliarden Blöcke hier hinzu. Mann, bin ich behindert. Safe. Ich brauche doch keine Musik. Ich habe doch dich. Nein, nicht Blattmann. Ich will da rein. Och Mann, fick dich doch, du Jude. Na. Muss ich das hier rausschneiden? Was muss ich das hier verschneiden? Das Wort, was du gesagt hast. Das sagt man doch nicht. Welches denn? Das bessere Schweizer Wort. Welches denn? Na, das mit you anfängt. Das denn jetzt da reingeschafft? Und der. Ah, safe. Spiel es nicht mehr. Ich werde was anderes spielen. Irgendwas anderes. Aber das nicht mehr, weil ich langsam Hass kriege. Das macht mir auch langsam keinen Spaß mehr. Ne, wieso nicht? Weil ich immer die gleiche Stelle spielen muss. Wie soll ich da denn jetzt rufen kommen? Weiß ich nicht. Mal, mach das mit dem Glied aus. Was ist das noch? Frag Google. Frag Siri. Frag Alice. Was weiß ich. Frag deinen Kopf. Mein Kopf fragt sich, warum spiele ich eigentlich sowas? Weil du behindert bist? Ne. Ich bin nicht mehr behindert. Ich will ein normaler Mensch sein. Ach ja, ich muss das eigentlich schaffen. Durch das Level ganz schnell durch. Warum? Warum musst du das ganz schnell durch? Ja, jetzt. Warum? Und darum. Warum, hä? Weil es mit Timer läuft jetzt. Hä, hast du da immer Timer gehabt? Nein. Dieser Münzentimer da. Ach so. Ja. Was ist der Münzentimer? Dieses... Oder was? Hübs. Fuck. Ja, ne. Und zwar musst du... ...nämlich in die andere Röhre reinkommen. So. Ja, ja. Das ist kacke. Ja, genau. Nicht in dem Rechen. Oh ja. Oh, tu mich auch. Okay. Dankeschön. Bitte. Jetzt muss ich das aber ganz schnell machen. Nein. So klappt das doch auch nicht. So wie er ist. Recht nicht. Fuck. Nein. Ehrlich. 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 Mhm. Ehrlich. Nein. Ich glaube, ich muss mir wieder einen Boxhack im Zimmer aufhängen. Und Mario-Gesicht draufschreiben. Mann. Ja, genau. Schimpack da runter. Ja, fuck. Warum disable ich immer irgendwas? Mann ey. Weil du F5 drückst. Nicht nur das. Hab ich auch. So. So. eben habe ich das doch besser gekriegt